Okay... So, hi, zusammen, ich bin's, Kim, nochmal, ähm, mir geht's heute nicht so besonders, und, äh, ich weiß nicht, ob man mich hört, so. Aber, äh, mir geht's heute nicht besonders, und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich werde heute, obwohl ich Lust hab, nichts singen, generell nicht, ich werde einfach nur spielen. Und, äh, da ich mir vorgesetzt hab, jetzt mindestens einmal pro Woche und jeden Freitag irgendwas Neues reinzusetzen, werde ich, ähm, heute einfach nochmal was machen. Und, das ist was Instrumentales, äh, den Song gab's mal dazu, gibt's inzwischen nicht mehr, ist eine längere Geschichte mit meinem PC-Datenverlust, kennt ihr sicher alle, und, ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Anhören des folgenden Songs. Und, ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß. 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 Ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß. krank und kann mich deswegen nicht besonders gut konzentrieren und naja, das könnte der Grund dafür sein, weswegen ich mich vielleicht ein paar mal verspielt habe oder Töne nicht schön genau gespielt habe. Ich versuche einfach, dass ich jetzt, also was heißt versuche, ich werde jetzt so schnell wie möglich gesund und werde euch dann das, was ich jetzt gerade gespielt habe, auch noch mal neu aufnehmen, sodass ihr hört, wie es sich anhört, wenn ich gesund bin. Naja gut. Ansonsten war es das von mir. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr euch das Video anschaut. Wir haben heute Freitagabend, wir haben gerade 10 nach 10 und ja, falls ihr es heute euch noch anschauen solltet oder morgen wünsche ich euch allen einfach generell ein schönes Wochenende. Also, macht's gut. Ciao.